so und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal und zwar spielen wir heute ein neues battle royale spiel und zwar suba sonst geht es direkt los die müssen jetzt für den anfang schon mal einen aussuchen ja ne wen nehmen wir denn back bruce oder nix also der back steht hier ist aggressiv der bruce ist hart und nix ist ausgeglichen nehmen wir mal den nix auswählen so und warum soll ja das ist jetzt wohl ein tutorial also los geht's also willkommen so sammle alle waffen hier können schon mal laufen und dann können wir diese waffen einsammeln gut weiter so und dann können wir hier granaten werfen und wie mit schruttelnde wächter besiege sie okay jetzt muss ich noch aufladen wir können hier auch noch so mit einer armbrust oder so und jetzt können wir auch noch eine bombe und dann gibt es ja noch ein medikett und hier können mit der schrotflinte und noch meine granate und jetzt verwende das medikett kämpfe gegen mich können wir noch eins nehmen und jetzt müssen wir gegen diesen löwen der hier gerade die ganze zeit spricht kämpfen kannst du mich besiegen zuerst mal was hat der denn für waffen und den haben wir besiegt willkommen bei super aber wie heißt du ja genau die so so weiter also das war jetzt erstmal das tutorial dazu und jetzt jetzt auf einen echten kampf okay jetzt geht es zum echten kampf zum ersten von super also los geht's jetzt sollten wir erstmal waffen einsammeln sei der letzte überlebende das ist eine waffe schnapp sie dir okay wir sollten natürlich nicht in die zu den bomben hin okay hier schon mal hier sieht man die gegner nicht in dem feld hier das ist natürlich erstmal finden und hier gibt es auch noch eine zone da haben wir auch schon den ersten kill das sehen wir auch noch hier okay jetzt jetzt wird schwierig hier noch zu überleben nah nicht geschafft du bist siebter jetzt haben wir eine holzkiste dann öffnen wir die mal oder okay zum öffnen tippen freischalten jetzt öffnen und wir haben eine aufrüstung für den nix und münzen charaktere details und dann können wir ihn hier aufrüsten nix ist jetzt abgebildet wir können hier auch noch duo spielen machen wir das doch auch mal dann kann man hier auch noch andere einladen und so aber ich würde sagen auch mit seinem duo kam und los geht's also wir haben es jetzt nur die und unser ikpika hilft uns der hat schon mal den einen hier gekillt mir die jetzt kurz ein verwenden und jetzt haben wir auch noch eine näher wird ich soll mir ist jetzt nicht mehr ach so sagen wir in was sind können wir also nicht schießen aber kann ja noch in ein haus reingehen ich habe schon gedacht wo die wo die leute denn jetzt hin und hier ist auch noch unser ich glaube unser partner ist auch schon gestorben jetzt haben wir eine werkzeugbox bronze erhältlich also bekommen dann gucken wir mal ob wir die öffnen können in fünf minuten können wir die erstmal erst öffnen und jetzt machen wir noch mal solo nicht besser wir haben jetzt noch eine holzkiste übrig gehabt irgendwie ja in allen vier stunden kommen da mal so eine holzkiste zu öffnen und jetzt noch ein solo kampf also los geht's können wir diesen sperr hier eigentlich einsammeln ja dann haben wir uns den ersten kill jetzt schon mal nur 25 spiele sind noch übrig so wir können auch mal die sprints hier verwenden jetzt ist jetzt gerade echt schlecht werden jetzt weg sprinten sollen aber naja so was bekommen wir denn jetzt noch eine werkzeugbox die wir wieder erst in fünf minuten öffnen können wahrscheinlich und dann sieht man halt was da drin ist jetzt ist sie kurz warten die zehn minuten die können die aber auch jetzt schon öffnen mit diesen singen machen wir mal und noch eine verbesserung für nix lächeln hast es dir verdient glückwunsch es war nicht leicht aber du hast ein stein sparschwein gefüllt wann enthält 150 münzen und 44 juwelen ok ich glaube in einem tag geht es aufhol die können wir auch noch mal jetzt öffnen und was haben wir objekt freigeschalten eine neue eine nitroschotflinte und 38 münzen ein neues item infos ausrüsten und jetzt hat er die wohl dabei oder ich glaube schon ein lauter werbung kommt hier machen wir noch mal ein solokampf zum abschluss dann gucken wir ob wir die nitroschrotflinte jetzt dabei haben ja da gibt es halt noch mehr items und so und das gibt es für jeden äh skin wahrscheinlich also es gibt jetzt nicht nur den fuchs sondern auch noch andere und die sind wahrscheinlich auch noch besser als den nix und ja und was ist es hier die nitroschrotflinte oder ich weiß es nicht okay wir treffen den jetzt noch gar nicht jetzt gehen wir hin und werfen wir einmal eine granat hin wir treffen denn jetzt immer noch nicht wo habe ich jetzt die granat hin geworfen alles das war es leider schon milian hat mich bezieht deswegen wurde ich nur 26 ok ich bin es aber einfach nur nicht so gut noch meine werkzeugbox erhältlich irgendwann werden wir auch noch neue skins bekommen ja das sieht man dann wann es soweit ist öffnen wir die mal schon mal ich meine wir haben ja genug juwelen noch das heißt wir können jetzt wieder unseren nix upgraden für 150 jetzt ist der nix level 3 und ja dann würde ich sagen machen wir doch doch noch eine runde danach war es ist auch schon von dem part hier jetzt und dann sehen wir es beim zweiten teil wieder also jetzt direkt schon mal eine brosse granate einsammeln und noch eine schrotflinte und noch ein also alles haben wir jetzt bereit ok hier kann man auch noch reingehen jetzt hat er mich gekriegt ja rausgehen so die bräuchten jetzt eine medikett das wäre jetzt echt ganz gut weil sonst wird es jetzt schnell vorbei sein ok ich habe einfach irgendwo eine granate hin da kommt auch schon die zone und ja so da ist schon der nächste haben wir nicht getroffen da haben wir den besiegt und jetzt haben wir den medikett wir verwenden direkt und zack jetzt müssen wir nur noch einmal abtreffen glaube ich dann kommt auch immer näher ich meine dass wir abhauen kannst jetzt haben wir so ganz silbernen bogen mal medikett eins einsammeln also brauchen sind wir in so einem haustritt und gehen hier weiter nach acht leute sind im spiel da hätte ich schnell raussprinden sollen naja hier ist eine silberne schrotflinte noch die sammeln wir noch kurz an und jetzt müssen wir hier schnell raus brauchen jetzt wieder unbedingt ein medikett das war es leider rano an mich getötet wir wollen aber trotzdem vierter ist ganz gut und jetzt haben wir vier stern jetzt bekommen wir noch eine neue truhe und zwar gold kiste die öffnen jetzt noch kurz die müssen wir noch kurz öffnen freischalt die ja ok jetzt sind wir erstmal level 2 nee das machen wir nicht verlieren und jetzt machen wir die gold kiste auf chancen auf neuen charakter und nix upgrade und münzen nach leider keinen egal würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten teil wieder und tschüss weiter mit jetzt nach